Werzeuger, hier schreift Papier. Das wird eine Gitarre, das ist deine Wagen, das kommt hier, und hier kommen die Seiten hier, 1, 2, 3, dann kommen hier, dann kommen da hier, also von das so, dann kommen da. Hier, ja, und dann ist das, die da, die arbeiten, nicht? So sind die du hier spät und weg. Das hier ist meine ... zum filmen. Wenn ihr was filmen, ne? Das sind verschiedene Teile hier. Das ist Werkzeug, also Schrauben ... Ja, ich stelle fest, man darf nichts wegschmeißen. Wenn ihr nichts wegschmeißt, kann es alles brauchen. Alles brauchen wir hier. Ganz, 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 ganz normal hier. Ja, ja. Das wird übers Meer. Ja, das ist sehr wichtig. Kommt das aus dem Wasser? Ja, genau, das ist sehr wichtig, weil das kommt aus dem Meer. Ja. Aus dem Meer. Und es ist wichtig, weil es ist, also Meer, Salz, und Sonne, wird das getrocknet durch Sonne und Sand. Ja. Und das ist ganz gut, wenn wir das verlassen. Wir verlassen so. Und das geht ins Wasser und rein und raus. Ja, und so. Und das ist gut. Dann werde ich alles hier, das wird alles verarbeitet. Also jeder. Und das macht ein Foressor noch. Ja. Ja, ja, ja. Weißt du? Jetzt werden hier kommen, hier werden so Dinge von der Gitarre, so ein paar Löcher hier. Und das werden danach so, weißt du, so spielen. Und das hier. Und dann, die sehen hier, wunderschön das hier. Das ist sehr, ich meine. Ja. Das heißt, du gehst auch viel am Strand spazieren? Ja, jetzt. Und solche Sachen? Weiß ich nicht, jetzt habe ich nie, habe ich nie gearbeitet, so mit so Sachen. Und jetzt ist die Natur, kommt, ich weiß nicht, es kommt Natur. Hier werden auch irgendwie Seiten kommen, Seiten. Aber ich werde, erstmal habe ich das hier so. Jetzt werde ich das arbeiten, ne? Also, arbeiten, 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 das. Und du machst nur Objekte, die mit Ton oder Klang. Ja, also mit Ton und mit Klang. Aber immer so plastisch. Ja. Also, das hier ist vom Auto. Von dem Auto, ne? Ja. Von dem Auto. Da werde ich, in der Spitze, einen Violinenbogen, oder einen Bogen werde ich das da bauen. Und danach. Ah, ja. Und danach in den Seiten und so. Ja. 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 Aber ich werde, ob ich auch andere Bewegungen so machen. Ja. Oh. Ja. Ja. Genau. Genau. Okay, okay. Aber das muss, das ist irgendwie fest. So. Jetzt kommt die Seite hier. Die Seite. Die Spannung. Die Spannung. Ja. Und hier können wir regulieren. Die Tonhöhe, ja. Die Tonhöhe, ja. Hm. Ja, genau. Ein Fleisch, äh, ein Fleisch, äh, wo so. Hier Seiten. Mhm. Seiten. Das hier, es ist von einem Schiff. Ein Wind. Also ein Schiff. Und hier eine Schuhe. Eine Schuhe. Ja. Na ja, ein Auto, weil jetzt. Ah, gab es so viele. Ja, genau. Schön, wunderschön. Dann musstest das noch eben, ja. Ja. Und hier, das ist sehr schwer zu finden. Und das hier ist ein Teil von einem, äh, ein Erdgas. Erdgas? Ja. Also ein industrielles Teil. Ein Teil, ein Teil von, 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 von Erdgas. Und das hier ist der Resonanz. Der Resonanz. Die Resonanz. Ja. Und hier kann man, kann man, kann man stimmen. Ja. Ja. Das kann man, man hier, also nicht stimmen. Und dann kann man das hier, also bewegen. Und das werde ich irgendwie so eine, eine, eine Spiral machen, so ein, weißt du? Und dann werde ich so, also so spielen. Ja. Ja. Und dann wird es auch wieder 2 aufmachen. 2, ja? Ja. 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 Also das ist auch eine Kunst, ne?